Musik Herzlich Willkommen zu neuesten Ausgabe von knallhart durchgenommen Dark Souls liebe Freunde des heftigen Kampfes ihr seht ich habe mich dem spielgemäß in meine Giant Beinschienen geschmissen schwere Teile Halten die was aus? Ja das hat man überhaupt nicht gespürt das kriegst du zurück Die sind ganz schön schwer es sieht nur so leicht aus weil ich so krasse Beinmuskeln habe Dennis hat mich gerade davon überzeugt dass er zum letzten Mal gezockt hat Deshalb glaube ich ihm das jetzt einfach Ich weiß ich habe ein bisschen die Übersicht verloren wo wir das letzte Mal waren Ich meine wir hätten zuletzt Anor Londo beziehungsweise danach Painted World of Ariamis gemacht Wovon ihr leider ja nur ein Teil sehen konntet weil wir Mist gebaut haben Und jetzt sind wir wir haben das Lord Vessel das heißt wir haben quasi die erste Hälfte des Spiels haben wir jetzt sozusagen geschafft und uns steht jetzt schon einigermaßen die Welt von Dark Souls offen wir können jetzt wenn ich das richtig in Erinnerung habe nahezu in jeden Bereich des Spiels gehen Wir haben gerade die Verbindung zu Xbox Live verloren Ok wir können momentan in keinen Bereich von Dark Souls gehen Das ist natürlich scheiße Was ist denn da jetzt los hier? Hat bestimmt gerade oben einer im Büro den Ruder neu gestartet weil ihm das Internet zu langsam war Und das betrifft bestimmt uns auch Das wäre natürlich blöd wenn sowas passiert wenn wir gerade in einem Bossfight sind oder? Can't connect to Xbox Live Nichtsdestotrotz kann ich ja schon mal sagen was jetzt so uns an Optionen zur Verfügung steht Wir können die großbusige Frau wie heißt sie nochmal? Barbara Wir können Barbara jetzt vernichten und dann passieren wundersame Dinge in Anor Londo Wir können das Lord Wessel abgeben, wir müssen es aber auch nicht abgeben Genau das ist die Frage weil es gibt ja zwei Arten das abzugeben Nehmen wir die einfache oder nehmen wir die schwere weil du ja sagtest du würdest gerne in einen Club eintreten in dem man invadet und der schwere Weg führt ja zu dem krassesten Invade Club überhaupt Genau die Dark Wraith mit denen kriegt man wenn man in den Club eintritt kriegt man ein Item mit dem man unendlich invaden kann Ja erinnert euch in einer der ersten Folgen haben wir diesen Cracked Red Cracked Red Eye Orb Red Eye Orb benutzt und davon hat man ja nur eine begrenzte Anzahl Man findet ja zwar immer mal wieder welche aber ist halt alles begrenzt aber als Dark Wraith kannst du halt unendlich invaden Was auch seine Vorteile hat wenn man ein bisschen PvP spielen will Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten viel PvP zu spielen wie gesagt Zum Beispiel wenn man dem Forest Hunter Club beitritt Ja das sind alles Möglichkeiten die wir jetzt haben Und dann natürlich in die finalen Areale gehen Und DLC Ja es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten aber da ich gerade dran bin Würde ich sagen wir hauen Barbara und nachdem wir Barbara gehauen haben gehen wir zu einem optionalen Boss der noch in Anno Londo wartet Weil das ist das ist relativ schnell erledigt wenn man ihn schafft der kann tricky sein Aber wir sind gerade da und in meinem Kopf wenn das klappt haben wir das in 10 Minuten durch Und dann machen wir weiter Ja mach doch mal Ja ich muss mich gerade sorry noch einloggen hier das jetzt geht es aber wieder das ist doch schon mal schön Spiel wird gestartet Können wir nochmal die Beinschienen zeigen Die sehen echt aus wie die Giant Beinschienen die es im Spiel nicht gibt aber würde passen Ich mach das Geräusch nach wie man mit denen läuft Mhm gut oder? Ja super also ich dachte wirklich du bist gerade unterwegs hier links von mir neben mir Ja reingelegt Ja ich So es wird geladen Gleich gehts los Apropos Dark Souls Animal Crossing Mhm Wieso liegt das hier? Weil ich das ähm Hier liegen hab Weil ich das mal spielen will Fast das gleiche Spielprinzip Hab ich gehört Mhm Bist auch 3rd Person Aha Ja Gestalte dein Haus und deine Outfits Wissen Das ist Das schreit ja quasi Dark Souls Ähm Geht los hier Ich lauf mal los ne Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse zu Dark Souls 2? Haben wir schon wieder was Neues gehört? Ne ne? Ähm nö Es gab irgendwie eine Mod Die Eine First Person Mod Aber die soll nicht so gut funktioniert haben weil sie war mit dem Kopf äh verbunden Er hat die Kamera quasi auf Kopf Level getan Aber jedes Mal wenn du schlägst bewegt sich ja der Kopf auch siehst du und dann geht die Kamera nach links und rechts Das soll total konfus gewesen sein Ich gehört Ja Alles klar mit 19.000 Seelen setze ich mich aber noch einmal kurz hin und schau mal ob wer Ne 25 Ja gut du könntest natürlich Ich guck mal kurz ne Du könntest natürlich Was könnte ich? Eher ne Seele verbraten Wir könnten uns auch jetzt mal ne Oder du verbrätst keine und wir bauen uns mal irgendeine Geile Waffe Quillax Fury Sword zum Beispiel Was denn? Das machen wir Wir haben lauter Boss Seelen Wir könnten eigentlich nicht Wir haben auch Quillax Seele Ja Quillax Warte Ach schade Ich meine Puh Gut dass du nicht gestorben bist Das wäre ja ganz schön ärgerlich gewesen Mhmm Ey das ist ne gute Idee Wir machen jetzt ähm Keillax Fury Sword Oder Was ähm Bei meinem Stärkecharakter auch cool war war Dieses Artorias Schild Aber das Problem mit dem ist Dass wir die Seele dazu noch nicht haben Da brauchen wir die nämlich von Sif Oh ich muss glaube ich nochmal reinkommen hier jetzt Hm Äh da kommt er nicht so gut rein gerade Aber jetzt Komm her Fettesack Huijuiuiuiuiuiui porque Bevor wir aber da hingehen Weil das dauert jetzt bestimmt Machen wir wieder den Trick, den wir letztes Mal probiert hatten. Ich leg hier das hin, um die Zeit so ein bisschen zu nutzen, dass es vielleicht nebenbei rauskommt. Kommt da eh wieder keiner. Glaube ich auch nicht. Wir sind es einfach zu stark. Aber ich habe ja Bock, im DLC mal diese Toxin-Dolche auszuprobieren. Das sind aber Dexterity-Waffen. Ausprobieren kannst du sie, das ist kein Problem. Aber das wird keine Waffe sein, mit der wir viel reißen. Ich will es trotzdem mal im PvP testen. Wir haben ziemlich kleine Reichweite, muss ich sagen. Das wird dir nicht so gefallen. Die sind ähnlich wie das Drake-Sword. Naja, schlechter Vergleich. Muss ich vielleicht nochmal heilen, falls du gleich gesummelt wirst. Just in case. Ich habe neulich auf Facebook ein Bild gesehen von irgendeiner Ruine oder irgendeinem Bauwerk, das es in echt gibt. Das sah original aus wie direkt am Anfang der Aufzug, wo du nach den New London Ruins kommst. Es sah exakt eins zu eins so aus. Es hatte im Kreis auch so ein Ding, das könnte locker der Aufzug gewesen sein. Echt? Das ist geil. Ich glaube fast, dass sie das dem nachgebaut haben, ey. Ich glaube, wir brauchen ein Curved Sword für das Fury Sword, oder? Das wäre sowas wie das Shottle. Wollen wir das abgräben? Ne, das Shottle würde ich gerne behalten. Ist das Painted Guardian, ist das ein Curved? Geh nochmal drauf, steht das nicht da? Jetzt kannst du bestimmt auch irgendein Drecksschwert bei ihm kaufen. Das ist ein Curved Sword, ja. Das ist ein Curved Sword. Dann, ja, dann nimmt das, die droppen eh ohne Ende. Ja? Ja. Ist ja egal. Muss aber auch erst auf plus 5, ne? Genau, das muss auf plus 5 jetzt. Fangen wir mal an. Titanite Shards sind ja günstig. 2, 3, 4, jetzt musst du Titanite Shards kaufen, 3 Stück. Ich empfehle übrigens, wenn ihr diese Waffen upgradet, da gibt es im Wiki oder im Internet gibt es zahlreiche Tabellen und Grafiken, die das recht anschaulich machen. Wir wissen jetzt natürlich, wie es geht. Am Anfang ist das ein bisschen verwirrend. In Demon's Souls fand ich sogar noch undurchsichtiger irgendwie. Ähm, dass man versteht, wie man gewisse Waffen bauen kann. Ähm. Hab ich was vergessen? Muss ich es nicht einfach nur auf plus 5 bringen und gut? War es vielleicht auch plus 10? Nee. Plus 10? Ähm, ja. Guck mal kurz nach. Also es ist halt so, man upgradet die Waffe erst auf plus 5, plus 10, plus 15, wie auch immer und dann kann man sie modifien, also bei uns in der englischen Version und kann dann eben zum Beispiel, könnte man jetzt aus einem Okkult Knüppel könnte man Divine machen. Nee, nicht ganz. Das ist wieder... Achso, okay. Genau umgekehrt. Okkult ist schon das bessere. Ähm, das ist das Downgraden. Hier haben wir leider keine Beispiele gerade. Aber... Guck mal bitte schnell rein. Ähm, erklär das gleich dann. Weil jetzt müssen wir warten. Ich überlege auch gerade. Plus 10 kann natürlich sein. Es ist halt eine fette Bosswaffe. Das würde Sinn machen, dass man die erstmal krass upgraden muss. Aber ich will jetzt nicht umsonst noch die um 10 plus 10 upgraden. Vielleicht haben wir auch das falsche... Ich geh mal kurz... Au! Scheiß Giant Armsheen. Au! Ich guck... Geh mal kurz, wo ich Internetempfang hab. Ey, unterhalt mal die Leute. Okay. Ah, was machen wir denn jetzt? Wir warten... Bis Eddie wieder da ist. Und in der Zwischenzeit können wir eigentlich kurz... Die Aldo umlegen. Oben. Die Barbara. Das ist ein guter Plan. Weil ich glaub, Eddie braucht ein bisschen länger. Und, ähm... Das Schild können wir uns noch machen. Das ist von Artorias. Das ist richtig... Ne, der heißt doch nicht Artorias. Zumindest... Fehlt uns noch eine Seele für ein richtig geiles Schild. Was wir mit unserem Stärkecharakter wirklich sehr, sehr schön verwenden können. Ah, das ist plus 10, ey. Plus 10? Okay, dann kann ich hier wieder hoch. Das wäre sonst auch ein bisschen zu einfach. Ja, ne? Aber können wir nicht auf plus 10 upgraden? Doch, ich guck gerade. Ich dachte, du brauchst länger, deswegen wollte ich hier ein paar Leute umhauen. Das höre ich ständig. Ach, ja. Ey, aber unser Schwert, was wir jetzt haben, das gefällt mir auch schon richtig gut. Das ist echt ein geiles Teil. Und vor allem, wir sind nicht mehr so weit von den 50 entfernt, ne? Ja, und das Kelex Fury Sword ist natürlich gut zu haben, weil das Feuer-Damage macht. Und das kann bei vielen Bossen hilfreich sein. Zum Beispiel bei Ornstein und Smaug, den wir aber schon gelegt haben. Ähm, Reinforced Weapon. Aber wir können es erst auf plus 10 bringen, wenn wir das Large Ember haben. Das haben wir offensichtlich noch nicht. Weil sonst könnten wir hier auf plus... Wo gibt es denn nochmal das Large Ember? Oh, das gibt es in den Katakomben, glaube ich. Oder sogar im Tomb. Okay, also, das können wir ja... Was haben wir denn noch für Bossen? Vielleicht können wir noch was anderes Tolles basteln. Schmockshammer. Wie denn? Glaubst du, für andere Waffen brauchen wir nicht plus 10? Ja, das ist ein Punkt. Das ist ja... Ja, müssen wir erst die Large Ember holen. Also, Divine ist in den Katakomben. Und das Ding ist ja, man geht am besten mit Divine Weapons in die Katakomben rein. Die haben da... Ja, aber wir haben ja den Okkult Club. Mit dem können wir auch... Ja? Ja, ich meine schon. Ja, du hast recht, stimmt. Der müsste wahrscheinlich auch gehen. Ach, keiner beschwört uns hier. Unser Zeichen verschwindet jetzt. Und ich töte Barbara. Bisschen schleppend der Anfang dieser Folge hier. Aber jetzt geht's los. Ja, haben wir auch so viel Action schon gehabt, ey. Ich verstehe nicht, warum man hier im Keller keinen Empfang hat. Was ist los mit diesen Handys heutzutage? Ich schmeiße einfach einen Feuerball. Na, zeig doch erst nochmal ihre... Frisur. Okay. Die muss jetzt gehen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt sind wir in Dark Anor Londo. Das Ganze war nur eine Illusion. Das ist gar nicht hübsch. Und Heldor. Und diese Frau, die es auch schon lange... Das ist einfach nur eine Illusion gewesen. Und jetzt sind wir im richtigen Anor Londo. Im Dunklen. Und der Weg jetzt zum Boss ist nochmal... Ein bisschen tricky. Jetzt sind auch alle Gegner weg, übrigens. Aber dafür sind neue da. Und... Als erstes erinnere ich mich vielleicht... Treffen wir jetzt... Ganz am Anfang an Anor Londo am Feuer. Da stand ja so eine Frau da an der Wand. Die Firekeeperin, die da gewacht hat. Und die ist jetzt nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Weshalb wir auch das Feuer dann da oben nicht mehr benutzen können. Jetzt kommen erst mal die beiden hier. Fair, der Dennis? Das war fair. Alter, wie krass der... Da direkt reingehauen hat. Hab ich nicht erwartet. Ich dachte, ich halte da doch einen Schlag aus. Die kommen aber auch nur einmal. Die sind dann weg, wenn man sie erledigt. Ach, schade. Guck mal, jetzt sind wir hier. Hä, da geht's ja noch. Ja, jetzt sind wir hier. Scheiße. Aber... Wo ist denn die Tante? Die wartet doch auch da an der Brücke, ne? Hier, ihr seht's. Diese Giants sind weg. Also eigentlich ist alles... Und es ist halt jetzt auch dunkel, ne? Falls euch nicht aufgefallen ist. Ich überlege gerade, es ist irgendwie... Es gibt eine doofe Situation, in die du geraten kannst, wenn es dunkel ist. Und zwar mit diesen Bonfires. Manchmal spawnt man an einem Bonfire, das super... Einfach in einer schlechten Position sich befindet. Es kann jetzt sein, dass du wieder durch die Kathedrale musst. Weil ich glaub, von der Seite, wenn der Turm jetzt nicht oben ist, kommst du nicht. Ja, warte, dann beam ich mich doch einfach. Wohin? Ja, zur Sun Queen. Also... Sowieso viel schlauer, als da zu Fuß hinzugehen. Stimmt. Beam dich. Solang es noch brennt. Noch haben wir sie ja nicht gekillt. Das ist die Firekeeperin, deshalb kann man das Feuer noch benutzen. Ah, genau deswegen. Dann tritt es ein. Richtig. Äh, hier. Chamber of the Princess. Aber du verstehst, was ich meine. Warst du auch mal in der Situation, ne? Dass der Turm unten ist, du bist auf der falschen Seite. Da muss man echt nochmal durch die Kathedrale, was echt scheiße wäre. Unnötig lang dauert. Ja, und, ähm, aber wieso... Achso, ist das... Wieso sind wir denn jetzt da aufgetaucht? Ey, ehrlich gesagt... Setz dich nochmal an das Feuer. Wenigstens so, einfach nur prophylaktisch. Okay. Ja, vielleicht ist das eben so. Ein Dark Anor Londo hat seine eigenen Regeln. Vergiss nicht, 25.000 Seelen oder 28 liegen, ne? Mhm, mhm. Das ist ein Level. Und... Ja, das können wir dann auch eigentlich ausgeben, wenn das mit der Waffe nicht klappt. Nur deswegen haben wir sie ja behalten. Okay. Wollen wir nur gucken, ob alles funktioniert. Mhm. Weißt du, wer das ist? Was das für Charaktere sind? Ich hab's mal gelesen, aber ich hab's natürlich wieder vergessen. Aber das sind auch irgendwelche Typen, die irgendeine Bewandtnis haben. Das, guck mal... Der sieht aus, der hat eine Boulder-Rüstung. Vielleicht ist es der Captain Boulder 2000... Also der Oberboulder, weißt du? Der Chef der Boulder Knights oder so. Ey, die sind auf jeden Fall zu zweit nicht zu verachten, ey. Nö. Einer weniger. Guck mal, wenn ich jetzt gesammelt werde, ne? Feuerball. Oh, ja, gute Idee. Fehlte ihm ein kleiner Millimeter. Sehr gut. Ja, aber die waren hart, ey. Ja, die sind nicht ohne, weil die halt echt reinhauen und zu zweit sind. Ähm... Da lang, genau. Jetzt haben wir auch 38.000 Seelen. Jetzt kommt auch in der Brücke die Fire-Tussi. Alle weg hier. Ja. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Geht viel mehr tagsüber besser. Mhm. Das ist sie. Ähm, ja, aber eigentlich, bevor sie ihre Waffe irgendwie heilig verzaubert da. Oder was das ist, weil er knallt sie nämlich richtig dann. Okay. Meinst du das? Mhm. Die kann tricky sein. Die hätte ich gekontert, ne? Ja. Die hat mich repostet, sozusagen. Ähm... Da muss man aufpassen. Weil ich es nicht getan habe. Übrigens, die Verzauberung, die sie hat, die kann man auch kriegen. Darkmoon Blade Verzauberung. Auch eine sehr starke Verzauberung für die eigene Waffe. Ähm, dazu muss man aber, glaub ich, in den, äh, Darkmoon Covenant. Gott, ey, das ist alles so, so viel. Ja. Ey, die Large Ember, located in the Depth, die müssten wir schon haben. Ja, André macht das. André macht auf Us 10. Ja, exakt. Wir sind beim falschen Schmied gewesen. Wir müssen zum Gargoyle-Schmied. Ja. Lass uns das aber erledigen, weil dann haben wir Alolanda wirklich abgeschlossen. Ja, ja, klar. Ich sag's mal, das ist halt, äh... Da liegen ja eh unsere Seelen. Ich wollte nämlich sagen, wir haben doch die Large Ember schon lange, ey. Stimmt, wo lag die? War das die hinter den, äh, der Butcherina? Butcherino, ey. Ja, in den Comments hab ich gelesen, dass, ähm, dass eine Dame sein soll. Weil in der deutschen Übersetzung oder so, ähm, hat die wohl einen deutschen, äh, einen weiblichen Namen. Butcherin oder so. Mann. Ja, 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 ja. Ey, die ist wirklich tricky. Da muss man aufpassen. Da ist sie. Okay, ich versuch mir als erstes die Seelen zu grabben. Das sind einfach zu viele, als dass ich erst den Kampf mach. Die ist eigentlich nicht so schwer, wenn man die einfach backstabst. Oh shit. Das ist halt auch langsam. Ja, meinst du, ich backstabte die einfach mal ne Runde? Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, dann ist die schon mit einem weg. Ja, komm, schlag mich, Kleiner. Ja, so hab ich's auch versucht. Hab direkt aufs Maul gepriegt. Das ist die Reichweite. Ich hätte gedacht, die ist ein Tick länger. Die dreht sich echt schnell um. Jetzt. Hat nicht richtig geklappt, wie ich mir das vorgestellt hab. Oh, ein Schlag noch. Yes. Oh, dieser Mann ist ein Tick. Master Gwyndolin. Master Gwyndolin. So, Firekeeper Soul, das heißt, wir können unser Fläschchen upgraden. Ja, das konnte sie endlich machen. Sie war eine von diesen wenigen letzten Firekeepers, aber dadurch, dass wir sie getötet haben, gibt es jetzt nur noch... ...einen. ...Kelaks Schwester, oder? Ja gut, die andere kommt ja irgendwann wieder. Welche, meinst du? Muss ich drehen eigentlich noch? Äh... Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich glaube ja, oder? Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Firekeeper es noch ist. Einer fällt mir jetzt nur noch ein. Ja, aber der andere vom Anfang kommt ja wieder. Die, die Taubstumme da, ne? Die kommt wieder? Mhm. Wohin? An Anfang. Really? Mhm. Ich mein schon. Echt? Ich glaube nicht. Wieso sollte die wiederkommen? Wird die wiederbelebt, oder? Ja, ne, weil die irgendwie ja nur entführt wurde, oder so. Ja, genau. Der Knight-Laut-Track hat sie hier in seinem Keller. Und da konnte sie jetzt ausbrechen. So, pass auf. Bonfire ist an, Level ab mach ich jetzt. Weil, ähm... Strength, Strength. Strength, Strength, Strength. Wir wollen auf 50, um endlich die fetten Waffen zu nehmen. Komm! Okay, okay, du hast recht. Nein. Ein zu weit. Och, komm! Okay. 66 ist unser Level. Und hoch. Und ob dieser Durchgang... Der war eben noch nicht da. Hey, red doch mal mit ihm. Erst... Wenn wir dieses Areal Dunkel machen, wenn wir die Barbara töten. Dann wird's hier dunkel. Hier kann man jetzt auch noch in einem Covenant beitreten, übrigens. Ja, aber ich glaub, jetzt brauchst du einen Ring, oder irgendwie... Irgendein Item brauchte man noch. Dann wird man hier an der Stelle... Ja, aber anscheinend darf man die vorher nicht töten. Genau, du brauchst den Darkmoon-Seance-Ring. Mit dem Darkmoon-Seance-Ring kannst du nämlich hier unten den Boss Gwyndolin battlen, auch wenn es nicht schwarz ist. Weil dann öffnet sich mit dem Darkmoon-Seance-Ring hier dieser Durchgang. Unten wirst du gefragt, ob du in Covenant eintreten willst. Wenn du es nicht machst und durch diese Tür gehst, battelst du den Boss und kannst nicht gegen den Covenant eintreten. Und das machen wir jetzt. Machen wir einen Tick lauter irgendwie. Geht das? Die haben eine Familie... Genau, der Blade of the Darkmoon-Covenant wäre das. Ich bin der Darkmoon-Seance-Ring. Lass die Atonung für deine Fehlungen beginnen. Das ist jetzt eine ziemlich dumme Idee, weil wenn die das macht, stehe ich da. Weißt du, was ich meine? Das kann ich jetzt nicht machen. Das hätte ich mir vorher machen können. Oh, siehste? Oh, fuck! Okay, Ogis. Healing, Healing! Nichts Healing. Jetzt habe ich die große Chance, sie einmal zu punchen. Oh nein! Doch, ich habe getroffen. Jetzt ist das Healing. Aber dann kannst du auch eh zweihändig machen, wenn du eh nix blockst. Ja, mach mal wie du willst. Ja, danke. Mach mal wie du willst! Ja, danke. Dann lass dich nicht von den großen Dingern treffen. Von welchen? Von denen. Von den kleinen auch nicht. Okay. Von denen auch nicht. Jetzt macht er zweihändig, jetzt. Endlich spielt er. Doppelpunch, sehr schön! Sehr schön, sehr schön. Ich heile mich aber, das ist schon flug. Ich ne. Ich spiele frei. Ich kann mich so flug. Das ist schon flug. Das ist schon so flug. Aber ich gehe auch nicht aus. Ich gehe doch nicht aus. Ja, du bist so flug. Ja, du bist halt. Es ist schon flug. Und du? Oh, Heretik, schwebt in der Nacht, eine eterliche Kurs auf dich. Dann kommen wir hier in diesen Geheimraum, in dem aber nicht wirklich viel ist, bis auf... Nix. Sunlightblade, ist es das? Nee, Sunlightblade ist... Das ist das Miracle, ne? Das ist auch ein Miracle zum Waffe verzaubern. Das braucht aber Phase, glaube ich. Guck mal, wie viel. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu benutzen. Kann ich das hier gucken? Ach ja, klar, hier wahrscheinlich, ne? Sunlightblade, 30 Phase. Oh. Okay, jetzt, ähm... Sind wir hier durch? Sehe ich das richtig? Ich benutze ein Homeward-Bone. Was hast du dazu? Mhm. Wir beamen uns jetzt zum letzten Bonfire und haben hier wirklich nichts mehr zu erledigen. Ähm... Ja. Wann ist es gemacht? Anolonder, Alter! Mhm, mhm. Krass! Na, wir werden nochmal zurückkommen. Zumindest ein bisschen. Genau. Ein kleines bisschen nur. Ähm, wohin jetzt? Ähm, ja, guck mal, ob du dich jetzt wieder an den Startpunkt beamen kannst, wegen dem Lord Vessel Firelink-Schrein. Wieso hatten wir jetzt schon entschieden, wo wir das abgeben, das Lord Vessel? Ach so. Weil dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu André. Okay. Er muss auch Firelink-Schrein. Ja? Klar. Da hört er nicht auf mich. Ich weiß nicht, ist Undead Parish nicht eher bei André? Nein. Undead Parish ist bei der Brücke da unten, ne? Beim Drachen. Ne. Ich hatte so recht, das ist bei André. Da warst du aber ganz schön verunsichert. Ja, weil ich dachte, also, ich mein, irgendwann musst du ja auch mal recht haben. Ne? Und ich dachte, jetzt wär's soweit. Ne, 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 das war jetzt nicht. Well, I've never heard of a black ember. Hm. How about leaving that ember with me? I find it strangely fascinating. Genau, das haben wir aus Ariamis. Ja. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential indeed. Macht man mit dem Dark ember die Chaos Weapons? Ne, nicht Chaos, sondern mehr so Cursed oder so. Ich weiß es nicht genau. Mit dem Dark? Ne. Okay. Okay, also, wir machen jetzt das Painted Guardian Sword erstmal auf plus 6. Und jetzt auf plus 10. Was brauchen wir dafür? Large Titanite Shards. Ich glaub, das kriegen wir hin. Das ist nämlich jetzt das Doofe. Falls wir nicht genug hätten, würden wir die wieder bei dem Dicken Schmied bekommen. Plus 10. Ja, grad so. Okay. Und jetzt müssen wir nämlich wieder zu dem Dicken, oder? Ja, ich fürchte ja. Mal guck doch mal, ob's geht. Der kann das nicht. Er kann unser Barbed Straight Sword Divine machen. Kann's Raw machen. Und da recht mit dem Dark? Das da? Ne, das geht erst ab, glaub ich Divine plus 5 oder so. Ähm. Okay, jetzt müssen wir uns wieder zurück beamen. Das geht aber eventuell, wenn ich aufgepasst hab, jetzt sehr cool mit diesem Gerät. Oder? Wo kommen wir dann an? Ja, wenn du das Feuer hier oben nicht geleitet hast, dann... Ja gut, das hätte uns jetzt eine Ersparnis von ungefähr 10 Sekunden gebracht, den Homeboard bauen. Ja, stimmt. Ich hätte einfach vom Feuer gehen sollen, ne? Jetzt hab ich mal Recht gehabt. Ja, nur leider zu spät. Also du musst an deinem Timing arbeiten mit dem Rechtsrahmen. Ja, du bist halt auch ein bisschen einfach klug geschissen, ne? Ne, ne, beam dich doch hoch zu Princess, geht schneller. Jetzt warst du hilfreich, Eddie. So. Ah, fast wär ich losgelaufen. Okkult-Weapons macht man übrigens aus dem Dark Ember. Genau. Aber hast du schon mal mit Okkult-Weapons gespielt? Nie. Nein, ist doch scheiße. Ich weiß nicht... Und wirken die Okkult-Weapons auch so wie die Divines? Ja? Auch gegen die Skelette? Ich mein schon. Wenn wir jetzt ein Okkult-Plus-Eins-Club, also eine Keule, sollen wir die Plus-Eins-Club denn benutzen für die Skelette oder sollen wir sie lieber auf Divine bringen? Ey, du kannst ja mal gleich... Auf Divine bringen. Du kannst ja mal probieren. Aber ich mein, Okkult ist besser... Okkult ist quasi das stärkere Divine. Aber ich will jetzt auch nicht schon wieder Scheiße labern. Ey, da hab ich überhaupt keine Ahnung, weil ich noch nie mit Okkult-Waffen, weil ich nicht gerafft hab, wofür die sind. Es gibt ja jetzt auch nicht irgendwelche Divine-Gegner, wo das Sinn machen würde. Die sind ja alle irgendwie böse und nicht irgendwie nett und göttlich. Ja, vielleicht erklär ich das noch einmal ganz kurz. Diese Boss-Waffen, die wir ja jetzt machen wollen, weil wir wollen jetzt so eine spezielle, legendäre, einzigartige Waffe machen, die kann nur dieser dicke Schmied hier unten machen. Deswegen müssen wir uns jetzt diese Reise geben und da hin und her pendeln, weil dummerweise der André, wie ihr gerade gemerkt habt, eine andere Spezialfähigkeit hat beim Schmieden, die auch dazu benötigt wird. Deswegen brauchen wir beide. Aber jetzt ist es soweit, jetzt können wir die krasse Waffe machen. Hoffe ich. Ja, hoffentlich können wir sie benutzen. Da war's doch. Na, eins nach links. Ach, da. Oh, hab ich mich gerade schrungen. Ich dachte, wir haben was falsch gemacht. Kehlak's Fury Sword. Das, ähm, ist aber auch ein bisschen mehr Dexterity. Trotzdem sehr cool, weil's Feuer hat. Aber. Bleeding. Und. Ach ne. Doch, alles gut. Und. Zack. Jetzt können wir das natürlich auch noch upgraden, das Quillax Fury Sword, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir die richtigen Materialien haben, aber du kannst das jetzt natürlich auch ausbauen. Demon Titanite. Demon Titanite. Ne, das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf für die anderen Waffen. Für die, das ist jetzt nur ein Spaßschwert. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, okay. Wir zeigen's mal. Ich weiß gar nicht, was man noch mit Kehlak's Seele machen kann. Ich glaub, das ist das Sinnvollste in der Regel. Also, das Nützlichste. Galax Fury Sword. Das sieht sehr geil aus, muss man sagen. Wie so ein Käferbein. Ja, auch wenn man schlägt, sieht's geil aus. Zack. Ach, jetzt sind ja die Typen. Ich wollte jetzt hier einen vermöbeln mit, aber die sind weg. Was hat das für einen schweren Angriff? Mach mal. Ne, zwei hier nicht. Ganz kurz. Jetzt könnten wir in den Wald gehen und Sif töten. Weil wir können uns dann nämlich das geile Schild machen, auf das ich schon länger heiß bin. Wir können auch in die Katakomben gehen. Da kriegen wir das Right of Kindling, dann können wir besser kindlen. Okay, Okkult sorgt nicht dafür, dass die Skeletons wegbleiben. Nicht? Dann reverb ich das Okkulte. Weißt du, was ich meine? Dann mach ich das Okkult zu Divine. Doof ist nur, kann das auch André? Dann beam ich mich kurz zu André, der kann das auch, ne? Genau, weil Okkult ist eine Stufe besser als Divine, aber man kann das auch wieder rückwirkend, man kann das, was man vorher hatte, wieder herstellen. Okkult Club, den hatten wir gefunden, falls man sich wundert jetzt, wo haben wir den her, den haben wir doch gar nicht gebaut. Der war irgendwo, glaube ich, in Anolondo zu finden. Ist gut gegen Silver Knights und Black Knights. Achso, ok. Ja gut, aber die sind ja, die machen wir ja meistens mit unserer Standardwaffe, da haben wir ja jetzt nicht so die Probleme dann. So, wir machen den Okkult zu Divine Plus 5. Jetzt haben wir Divine Club Plus 5. Kannst du Divine nicht auch auf Plus 10 machen? Ja, aber nicht bei ihm, da brauchen wir das Large Divine. Und das finden wir erst unten in den Katakomben, weißt du, in dieser Gruft. Na, ich verrat nix. Ganz fiese Stelle. Ok, wir sind hier. Eigentlich sind wir direkt beim Wald, deswegen... Wollen wir kurz, ja lass uns kurz in den Wald gehen. Wir sind so viel rumgelaufen. Willst du Sif machen, oder was? Sif, ja genau, oder Ses, wie heißt er? Sif, Sif, genau. Er hat auch ne schöne Story, die im DLC auch noch ein bisschen, ähm, bisschen näher auf die eingegangen wird. Das stimmt. Da möchte ich aber jetzt wirklich nix spoilen. Ja, Sif, Sif, ist wirklich schwer. Da kannst du auf jeden Fall gleich das Pad wieder haben. Ich finde den gar nicht so schwer. Ne? Na. Ich dachte am Anfang auch, der ist schwer. Aber eigentlich kann man den ganz gut blocken, einfach. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen bessere Poise, dann... Ist der noch einfacher, aber... Achso, benutze doch mal das Quillax-Wort hier gegen die Waldwesen. Super gegen die. Hm. Das ist natürlich schneller. Wir brauchen zwei Schläge dafür, da kommt das gleiche raus. Aber du bist... Das ist schon besser gegen so leichte Gegner, wenn man nicht so weit offen steht, ne? Wir müssen auch ein bisschen mehr von diesen Mosen einsammeln. Beim ersten Play-Through habe ich so viele von diesen Bäumen getötet. Das ist dann, wenn man es häufiger spielt, nicht mehr der Fall, weil man hier so durchgeht. Und dann fehlen dann am Ende die Mose. Ich benutze hier das Fire. Kurz auf Stärke. Was soll ich den... Ich benutze noch schnell einen Seele, ne? Dann können wir noch... Ja, und vor allen Dingen mach dich mal lebendig und summon mal jemanden. Sif zu zweit ist einfacher als Sif alleine. Ja, aber ich würde ihn gerne alleine machen. Warum das denn? Ja, weil sonst kommt wieder so ein Typ, der haut zweimal rauf und dann ist er tot. Oh nein, jetzt fehlen uns noch 800. Das ist doch scheiße. Zack, 800. Ach so viel... Ist das hier 800? Nein! Egal. Egal. So, Level Up. Stärke 43. Noch 7. Und dann können wir... Eigentlich... 50 ist das höchste, oder? Hm. Es ist auch so, wenn ihr eure Werte nach 50, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, noch weiter erhöht, über 50, hat das nicht mehr so starke Auswirkungen. Das wird immer weniger. Am Ende macht ihr dann ein Damage mehr, oder sowas. So war das bei mir mit Magie. Ähm, das lohnt sich nicht wirklich. Geht dann lieber... Die meisten Sachen lohnen sich nur bis 50. Genau. Ähm... Manche sogar glaube ich nur bis 40. Wollte ich mich nicht... Ach ne, ich wollte... Ach guck mal, hier die Typen. Die mach ich noch schnell. Das geht ja jetzt hoffentlich. So... Ah... Shit. Ist das ein Phantom, oder ist das... Ach hier, Captain Stabitron. Ah... Oh shit. Vielleicht kriege ich sicher irgendeinen Baum, oder so. Ich mach jetzt nicht alle. Ich glaub wir halten uns lieber ein bisschen ran. Was sagt dein Zeitgefühl? Ah, halbe Stunde Tape. Wir machen das Tape einfach voll. Ich lese mir grad die Story zu Sif durch. Der ist nämlich der Kompagnon, der Begleiter von ähm... Sir Artorias, den Abysswalker. Den man im DLC näher kennen lernt. Der einer der vier Knights war. Der vier Kings. Ne, der vier Knights. Nicht der vier Kings. Es gab ja auch viele Leute, die in den Comments gesagt haben... Natürlich hat Dark Souls eine Story, wir haben das ja auch nie ähm... Wir haben ja nie gesagt, Dark Souls hat keine Story. Wir haben nur gesagt, dass die Story eben viel subtiler erzählt wird anhand von Item Beschreibungen. Ich hab mal gesagt, es hat keine richtige Story, aber dann wurde in den Comments natürlich mein Wort auf die Goldwaage gelegt und ähm... Eigentlich ist doch klar, wie ich das gemeint hatte. Im Vergleich zu 99% aller anderen Spiele, die mit Cutscenes... Ich weiß nicht, dass ich es überhaupt erklären muss. Ich lass es. Genau. Ähm... Es gibt natürlich eine Story, bei Dark Souls wird die eben subtiler erzählt, hauptsächlich durch Items und irgendwelche... Subtilen Hinweise, die man anhand von Waffenbeschreibungen oder irgendwie so mitkriegt. Aber es wird nicht so eine klassische Story erzählt, wie man das jetzt in anderen Spielen kennt mit vielen Dialogen und Cutscenes, wie du es gerade gesagt hast. Aber... Ähm... Es ist auch gar nicht so einfach. Also, auch jemand wie ich, der jetzt schon viel Zeit mit dem Spiel verbracht hat, viel im Wiki gelesen hat und so... Wenn mich jetzt einer fragen würde, fasst mal irgendwie prägnant zusammen, worum es in dem Spiel geht und wer welche Rolle spielt. Ich könnte es glaube ich immer noch nicht so einfach äh... sagen. Und ich finde das aber auch irgendwie ganz geil an dem Spiel, dass man immer wieder noch was Neues über... Ähm... Über diese Welt lernt und über die Zusammenhänge von Gegnern und Waffen und Welten und so. Und das ist irgendwie schon eigentlich super. So, ich habe mir Enchanted Amber gesnatcht schnell. Und da hinten liegt glaube ich auch noch ein Item. Das hole ich mir schnell, dann geht es zum Boss, oder? Weil dann haben wir den... Ach ne, scheiße, hier sind wir. Was, bring nochmal Enchanted? Mach mal das Menü weg. Ähm... Denn... Profitiert deine Waffe von deinen magischen Attributen. Ah, genau. Scaled mit Magic dann, ne? Ok, ich muss mich kurz orientieren. Ah, hier... Die Viecher haben wir auch noch nicht gemacht. Ne, wollen wir die schnell machen? Ja. Bring ein paar Seelen. Aber heilig. Oder gibt es Pad gleich ab? Wie battelst du dir? Ich ziehe mich dann mal hier in den Wald zurück, ne? Das mache ich auch immer. Hier so an der Ecke. Zweihändig wäre er jetzt vorzulösen. Na, du hast recht. Aber dann hätte ich auch mehr Schaden gekriegt, glaube ich, ne? Und! Ein Schlag mehr! Und dann kommt vielleicht sein Katzenbruder da hinten. Ach Mist, den hätte ich jetzt auch sparen können. Zwei! Das sind zwei?! Hm. Warte, waren das nicht immer... Es waren immer drei. Echt? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das ist ein ganz guter Trick, wenn ihr Probleme mit dem habt. Ihr könnt euch immer hier in den Wald, äh, hier zurückziehen. Da kommen die nicht so richtig rein. Und dann hat man eigentlich immer eine gute Chance, so wie Dennis das macht. Nach dieser Rollattacke den einzugeben. Ist jetzt nicht der spektakulärste Kampf, aber... Ne, die sind aber auch leider sehr, sehr tricky irgendwie, finde ich. Du bist gleich tot. Ja, ich heimlich schnell. Weil, seht ihr ja, selbst wenn ich die block, ähm, krieg ich trotzdem irgendwie Schaden. Ey, ich wusste nicht, dass das drei sind. Ich dachte, das wären wirklich... Ruckeldi, dockeldi! Kannst doch mal Feuer auf die werfen. Zack, zack, zack! Zack, zack! Ja, einmal schlagen ist nix. Zack, zack, zack! Mit dem Kreelex-Sword! Ist das so schön schnell! Wuhuuu! Alter, wie das auch ruckelt der! Das ist ne unspielbar! Ah! Ganz schön schnell, die Viecher. Gut. Ah! Die droppen aber auch nix irgendwie, ne? Ist da recht? Ne, da ist nix. Aber ich weiß noch, wie ich hier ganz am Anfang mit meinem Mage invaded wurde. Und hab mich hinter diesem Baum versteckt. Und da hinten oben war der Invader. Und hab mich versucht mit Pfeilen zu kriegen. Und ich wusste, dass ich einfach keine Chance hatte. Und hab ne halbe Stunde versucht, mein Leben zu retten. Bis ich am Ende dann draufgegangen bin. Ach komm. Die sind auch nicht zu unterschätzen, die Dinger, ey. Ach, das ist n Dicker! Mhm. Ja, die sind echt nicht zu unterschätzen. Oh oh, den krieg ich. Der haut nämlich ganz schön rein. Jetzt hab ich für Siv keine Energie mehr. Ja. Ah, die kann man auch nicht blocken oder was war das? Echt? Die droppen diesen Blitzpulver-Zeug. Ich glaub, hier ist nichts, ne? Ja, das ist Ende. Und jetzt haben wir quasi den kompletten Wald gesehen. Auch wenn er ein bisschen konfus aussieht für Leute, die das Spiel nicht kennen, weil es einfach ein Wald ist, der überall gleich aussieht. Aber wir haben alle Waldareale jetzt erforscht hier. Ich war gespannt, wie du das mit einem erstes Flasch jetzt machst. Ja, ich auch. Ich werd mir eigentlich Humanity als Reserve lab. Was? Ja. Wieso das denn? Für nen Notfall. Ah, lame. Ja, weißt, die Alternative ist, ich renne zurück jetzt. Und füll meine Flaschen auf. Ey, wir haben ja nicht so viel... Äh... So, das ist das Grab von Sir Artorias. Und das ist das Artorias Greatsword. Das kann man auch im Spiel übrigens kriegen. Aber ich glaub nur im DLC. Ähm... Ne, ich glaub auch so. Sicher? Braucht man da nicht die Seele? Ne, Quatsch. Du brauchst ja die Seele wahrscheinlich für ihn. Und das ist sein guter Freund Siv. Der das Grab bewacht. Und ich will, dass wir dieses Schwert benutzen. Für mich persönlich einer der geilsten Gegner im Spiel. Also einfach vom Design, vom Layout. So ein riesen Hund, der so ein Schwert rein im Mund schlägt. Wir sind so langsam. Wir sind viel zu langsam. There goes the Flask. Okay, ich muss kurz... Der ist, glaub ich, auch gegen Feuer ziemlich. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Ah, ja, 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 ja. Ich bin mir ja nicht zu schade, um nach dem Weg zu fragen. Oder auch Hilfe anzunehmen. Ich hätte jetzt versucht, zwischen die Beine zu kommen. Weil da trifft er einen nicht so gut. Er springt dann zwar gerne mal weg. Und dann muss man wieder versuchen, unter die Beine zu kommen. Aber... Dafür... Ja. Wie gesagt. Also man muss auch erstmal wieder reinkommen. Seine Bewegung. Ich hab den jetzt vor einem Jahr das letzte Mal geballt oder so. Ähm... Muss erstmal wieder sehen, was der für Angriffe hat. Aber der hat einfach auch eine Sau-Reichweite mit diesem riesigen Schwert. Und man weiß nicht. Manchmal schlägt er nur einmal und du greifst dann. Aber der macht dann noch einen Swing. Und dann gibt's das Ganze auch nochmal als Dreifach-Kombo. Du weißt nie, welche Kombo er gerade startet und kriegst häufig dann einen mit. Want some cheese to that wine? Erstmal ein anderes Schild nehmen, das ist nämlich nicht so gut dafür. Was haben wir denn? Towershield. Was sagt... Das er kriegt noch? 0,1. Geht nicht. Das ist, wenn du Kelax rausnimmst, dann könnte es gehen. Also wenn du ein Schwert wegnimmst. Oh. Krass. Perfekt. Hier ist auch nichts mehr zum Summen. Aber hier werde ich jetzt bestimmt invaded. Gesichtslose. Guck mal, jemand aus dem deutschsprachigen Raum. Oder ein Japaner. Das kann sein, ja. Das ist jetzt hier sehr gefährlich. Hier ist ein... ...und... 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 Standard-Invader-Gebiet. Gerade auch, weil... ...durch den... ...Forest-Clan wird man hier natürlich auch invaded. Ich weiß nicht, ob der Forest-Clan erst dann... ...aktiviert wird, wenn du einen von den Leuten angreifst. Weil so... ...das geht's gleich. Ja, ne. Aber weißt du, ich glaube jetzt... ...werden die Leute mit ihrem Forest-Ring noch nicht gerufen. Die werden erst gerufen, wenn tatsächlich da gebattelt wird. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es genau. Ne. Wir sind auch immer noch kein Sun-Bro. Der hat Kirks Rüstung an, glaube ich. Der ist ziemlich spiky. Ich glaube, vor SIV liegen aber auch immer noch Leute. Oh, ihr Ratten. Oh. Schön. Also 3 macht 2. Den hab ich in die Luft gehiebt. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Noch ein. Summoning failed. Oh, oh, oh. Wieso haben wir hier eigentlich nur 5 Flachen, ey? Haben wir das nicht gekindelt? Anscheinend. Dein Summoning ist gefailt. Wenn du den holen willst, musst du nochmal zurück. Ne, ich glaube vor SIV liegen auch die Leute. Hier sind auch viele Leute, die PvP machen wollen. Ja. Ich glaube eher nicht, dass du da jemanden findest. Ich gucke jetzt. Den lauf aber nicht zurück, wenn du keinen findest. Was? Nein. Ich bin auch nicht zurück gelaufen, mir scheiß Flaschen zu holen. Ja, und wir wissen ja wie das geendet hat. Okay, mach es besser. Weißt du denn jetzt, was das für coole Moves hat? cousin. Ja. Hyah. Jetzt ist es auch egal, wenn du invaded wirst, du könntest natürlich dann durch dieses Tor da gehen und das wäre vorbei. Ja scheiße. Was denn? Ja okay, ich meine alleine. Nichts leichter als das. Ich glaube du machst sauviel Damage mit dem Schwert und du darfst dich echt vielleicht nur nicht treffen lassen, wenn du dann so fünf Treffer sitzt. Wirklich niemand hier, der mir helfen will. Niemand. Hör mal, welche von den 50 angefangenen Flaschen, die wir hier haben, ist eigentlich die aktuellen. Oh, der greift mich gleich an, check it out ey. Oh, siehst du, was das für ein Damage macht? Geil. Wo ist er? Kann der mal still halten? Oh, cooles Schild. Hm. 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 Oh, das war der Schlag zu viel, der berühmte. Den wollte ich auch gar nicht. Oh, das war der Schlag zu viel, der berühmte. Den wollte ich auch gar nicht. Genau, zweihändig. Aber schade daneben. Und jetzt. Ah, er liebt immer noch. 40.000 Seelen, no prop. Da sieht man mal, was ein gutes Schild für einen Unterschied macht. Das mag ich jetzt, das Schild. Hier liegt nämlich auch noch was. Das ist echt cool, ne? Der Hornet Ring. Damit kann man, war das... Kritikerischer Schaden erhöht, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn du backstabst oder so, zieht das dann mehr ab. Ich dachte, das ist der Boost Critical Attacks. Okay, aber Ringe sind ja aufgrund unserer Ring-Situation eh kein Thema. Vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Unser Equip Load seht ihr, 59,6 von 126. 126 haben wir aber auch nur durch Havels Ring. Das heißt, wenn wir den Ring ausziehen, haben wir wesentlich weniger Equip Load. Und dann fallen wir mit unserer Rüstung und dem schweren Schild wie ein nasser Sack und können nicht mehr diese galante Rolle machen. Und die ist halt echt wichtig. Fast wichtiger als alles andere. War das ein guter Zeitpunkt, die Folge jetzt zu beenden? Eigentlich schon. Was auch wichtig ist, ist, was wir gekriegt haben jetzt, ist ein Item. Aber dazu sagt er noch nichts zu, oder? Doch, wieso denn nicht? Wir haben ein Item gekriegt. Wo ist das denn? Das ist glaube ich ein Ring. Ein Ring. Und zwar ist das der Covenant of Artorias Ring. Und da steht nur Traverse of the Abyss. Ja. Und sonst sagt dir der Ring nichts. Und was es damit auf sich hat, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Auf jeden Fall ein Ring, der wichtig ist, beziehungsweise den man braucht, um das Spiel überhaupt durchzuzocken. Ohne den geht gar nichts. Außerdem haben wir 60.000 Seelen, sind lebendig. Das sind gute Voraussetzungen, um irgendwie auf die Fresse zu kriegen, oder abzuleveln. Ja. Du kannst Homeward Bone benutzen und ableveln, oder du läufst jetzt durch den Wald und wirst invaded. Das sind die beiden Alternativen. Ja. Ich werde aber nicht invaded. Und wenn ich invaded werde, gewinne ich. Ja. Das sieht auch geil aus. Guck mal, wenn der rennt, wird es schwer zu hält. Ja, 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 ja. Zweihändig ist echt super. Es gibt ein paar Leute, die sich beschwert haben, dass wenn du das Schild so hinten trägst, dass du Backstab werden kannst. Ja, ne. Ja. Ja, die haben schon recht. Ja. Auf der anderen Seite würde es sonst keine Backstabs mehr geben. Mhm. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre im PvP, wenn. Ja. Stimmt auch wieder. Lasst mich durch, ich hab Schwert. So, ich lauf nur noch zum Bonfire. Wir merken uns, dass ich noch am Leben bin und das nächste Mal wieder dran bin. Nicht wahr? Dennis? Was hast du denn vor? Hast du schon eine Idee? In welchem, in welchem, in welchem Dings sind wir eigentlich? In welchem Covenant? Way of White. Wir können eigentlich mal hier den Forest Hunter joinen. Weil wir jetzt eh nicht mehr farmen. Und dann können wir nämlich auch unten bei, ähm, was hin? Da würde ich nur bedenken, dass, also zumindest immer wenn ich im Forest Hunter Ding war, ja, um das kurz zu erklären, nochmal ganz kurz, wenn man Forest Hunter ist, dann wird man gerufen, wenn die Leute im Wald gegen diese NPCs kämpfen. Aber, du wirst gerufen, und bei mir ist es immer so, dann stehen da drei Typen mit riesigen Schwertern und warten dir einfach nur aufs Maul zu haben. Ich will den auch nicht joinen wegen, äh, wegen dem Summoning, dass man gerufen wird zum PvP, sondern weil dann in Blighttown unten ein Typ erscheint, bei dem man Waffen kaufen kann. Unter anderem zum Beispiel, äh, das Uchigatana. Muss es wohl nicht, was? Ne, weil das glaube ich nicht stimmt. Das stimmt wohl. Ja, das stimmt 100% und ich wette mit dir um 5 Euro. Warte, bleib, wir müssen den Ring ja nicht anziehen, dann haben wir hier... Unten im Sumpf, meinst du? Taucht der denn auf? Oh, wir können gar nicht mehr joinen, wieso denn? Haben wir, achso, weil wir schon gegen die Typen gekämpft haben, alles klar. Ah, okay. Äh, wir müssten erst ans Bonn feiern. Der hat jetzt keinen Bock mit uns zu labern, weil ich hier die Kollegas platt gemacht hab. Vielleicht kann man so ne Situation durch das Vergeben der Sünden bei dem Typen in der Kathedrale korrigieren. Ja. Den gibt's ja auch noch. Das müssten wir erst machen, glaube ich. Weil jetzt sind die natürlich Aggro auf uns. So, erstmal Level up. Strength, Strength, nur noch 5 Level. Krass. Brauchen aber auch 30.000 mittlerweile. Ja, ja. Das interessiert mich dann, was denn unten in den Comments steht, dass man wirklich diesen Ring braucht unten gegen den Händler. Ähm. Nicht den Ring, wenn du in dem Covenant bist, dann steht der da oben. Äh, und sagt, oder ist sein Bruder oder was weiß ich, und sagt dann halt, ey, bla bla bla. Und dann steht der unten an der Mühle. Ach, an der Mühle? Ja. Okay, ja, das kann sein. Den hab ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, ich hatte, äh, da kann man zum Beispiel, ähm, das Uchi Katana kaufen, was du sonst nur kriegst, wenn du den allerersten Händler da killst. Ähm, und das Lustige ist, dass, äh, da kam so ne dumme Fliege und hat mich angestochen. Und dann wollte ich die Fliege hauen und hab den Typen auch aggro gehauen. Und dann konnte ich nicht mehr kaufen bei dem. Boah, hab ich mich sehr geärgert. Naja, so ist das. Komm, dann mach, ähm, welch, sonst werden wir hier gleich noch invaded. Oder wartest du noch drauf? Ne, diesmal nicht. Ich geh raus. Ähm, wir haben tolle Sachen vor uns. Ich freu mich auf die nächste Episode. Zumal ich zocken. Ja, sag doch was. Willst du in die Katakomben gehen oder was? Oder was hast du vor? Ich weiß es noch nicht. Oh, ich meine, es gibt wirklich so viel zu tun. Katakomben oder Nulondo. So. Oder wir, wir, wir. Gehen wir anders hin? Jetzt steht uns die Welt offen. Wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes machen. Ähm, tolle Sachen erwarten uns. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.